Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring und der liebe Metallbau aus dem letzten Video bei Reduvia hat sie mir vorgeschlagen, ich soll nochmal die schwarze Klinge zeigen, wenn ich schon Reduvia cool finde. Und genau das machen wir heute, weil ich glaube, dass die Waffe kennen viele nicht. Ich habe die tatsächlich auch relativ spät erst kennengelernt und deswegen zeige ich euch einmal die schwarze Klinge. Also wer jetzt schon mal Tische sein wollte, mit der Waffe werdet ihr zur Tische. Ist nicht der krasseste Schaden, ist definitiv nicht der krasseste Schaden, aber ist genau nach meinem Geschmack schön von weitem draufhauen, ohne Risiko. Sehr, sehr nice. Ja, also die schwarze Klinge, also viel mehr gibt es dazu, auch ehrlich gesagt nicht zu sagen. Ist eine richtig geile Waffe, vor allen Dingen für Low Level, weil das Talent halt immer übel reinhaut. Also 1,5. Aus Entfernung, mal eben so 1,5. Gar kein Poise, ne? Aber ist ganz geil. Kann man mal machen, oder? Ja, der Fundort von der Waffe ist ein bisschen versteckt, das muss ich zugeben. Dafür müsst ihr nämlich auf dieses Plateau hier, genau, und dann hier zum Grab, ich muss gerade selber mal gucken, und dann hier zum Grab des Heiligen Helden. Und der Weg, ihr seht, also hier kommt man nicht so einfach hin. Also weder von hier außen kommt man nicht dahin, man muss also wirklich von außen rum dahin latschen. Und weil ich heute Netterlu bin, laube ich den Weg einmal, wir sehen uns dann vor dem Gegner, den ihr besiegen müsst. So Leute, wir sind angekommen, da vorne ist der Gegner. Und werdet ihr erwartet, es ist ein Assassine natürlich. Ich werde mal versuchen, ihn mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen. Mal schauen, ob das klappt, aber ich denke, er wird zu krass ausweichen. Als Backup habe ich hier noch Ezekiel's Verfall. Aber ich werde es mal versuchen. So, schieße ich mal. Oh ja, den hat er da getroffen. Ah, das habe ich mir gedacht, der weicht dann sofort aus. Nehmen wir schnell eine andere Waffe. Oh, Reduvia? Mal? Auf Reduvia hat der gar keinen Bock. Ich sage es euch. Ja, Reduvia ist geil. Es trifft halt trotzdem, obwohl er ausweicht, ne, der Arme. Na, das kostet sehr viel Mana. Aber ihr seht, ne, ist kein einfacher Gegner. Okay, er war zu weit weg. Hat er sich gerespawnt? Das macht gar nichts. Das ist sogar gut für mich. Und da ist er tot. Und wie gesagt, von ihm kriegt ihr... Das schwarze Messer. Ja, zum Bild lässt sich, brauche ich nicht viel sagen. Also, ihr könnt da nicht viel Waffen. Also, klar, ihr könnt wie immer Ritualschwertalus mal nehmen und Scherbe von Alexander für das schwarze Messer. Aber sonst gibt es dazu nicht so viel zu sagen. Lass mal gerne... Also, mich würde interessieren, was ihr besser findet. Findet ihr das schwarze Messer besser oder findet ihr Reduvia besser? Ich finde... Also, Reduvia ist auf jeden Fall stärker, aber das schwarze Messer ist schon halt ein cooles... Das ist schon cool, ne? Oh, hat keine FP. Dann machen wir nochmal richtig. Bam! Ah, das ist schon cool. Ja, lasst gerne in den Kommentaren wissen, welche Waffe ihr bevorzugen würdet. Und damit verabschiede ich mich. Gerne ein Like auf den Kommentar lassen. Like auf den Kommentar? Like auf den Video lassen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Bis zum nächsten Mal.